Sie suchen für sich und Ihre Familie ein schönes Haus in München? Mein Name ist Marc Lehmann von Lebenstraum Immobilien. Ich biete Ihnen hier ein schönes Rhein-Mittelhaus in Oberführing an, in einer ruhigen und grünen Lage und darf Sie recht herzlich einladen zu einer schönen Besichtigungsrunde. Kommen Sie mit! 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 Kommen Sie mit!